Vielen Dank, Georg Spallatin, Johann Friedrich der Großmütige und Martin Luther für die kurze Zeitreise 475 Jahre zurück. Und ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Thorgau auf dem Thorgauer Marktplatz und freue mich, dass Thorgau leuchtet schon in den letzten Tagen. So viele zahlreiche Besucher hat und nicht nur liebe Gäste, sondern auch die Gäste aus unseren Partnerstädten Sindelfingen, Striegau und Sneumbo möchte ich ganz herzlich hier begrüßen. Und natürlich einen ganz besonders, unseren Theo. Den kann, glaube ich, jeder am meisten lieben und leiden. Und ich freue mich, dass er mich heute wieder begleitet und dass er natürlich dem ein oder anderen Kind und auch großen Kind hier Freude spendet. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ich möchte ganz herzlich auch eure Vorheit grüßen und die sehr verehrten Herren Spallatin und Luther. Es ist natürlich eine Freude in unserer wunderschönen Renaissance-Stadt, dass wir uns mal wieder besuchen. Und vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin Romina Barth für die netten Worte. Meine Rede dauert jetzt maximal fünf Stunden. Ich denke, Sie halten so lang aus. Die Mitarbeiterinnen der Torber-Informationen im ehrwürdigen Rathaus, hier mit Blick, also wir haben den besten Blick drauf momentan in dieser Stadt, sind ja ein Jahr auf internationalen Messen und vor Ort im Einsatz, um unsere schöne Renaissance-Stadt mit ihren zahlreichen Museen, Gaststätten und geheimnisvollen Orten zu einem beliebten Reiseziel zu machen. Da jeder bekanntlich durch den Magen geht, entstand die Idee, für unsere Torberer und unsere Gäste ein Angebot an regionalen kulinarischen Produkten aufzubauen und damit einen weiteren attraktiven Anlasspunkt im Zentrum unserer wunderschönen Stadt zu schaffen. In unserer Region gibt es zahlreiche Produzenten von köstlichen Lebens- und Genussmitteln und Produkten zum Wohlfühlen. Wir freuen uns, dass wir deren Vertrauen gewinnen konnten und viele dieser Produkte in unserem neuen Torber-Shop hier im Zentrum der Stadt als Gutes von mir vermarkten dürfen. Es steht außer Frage, dass es sich hier um ökologische Erzeugnisse aus der Region handelt und das ist uns sehr, sehr wichtig. Das heutige Angebot, und das bitte ich Sie alle zu bemerken, ist nur ein Anfang einer spannenden Entdeckungsreise durch die vielfältige Erzeugerlandschaft unserer Region, ergänzt um dekorative Geschenkideen für Groß und Klein. Sie können darauf gespannt sein, bei jedem Besuch in unserem Tick-Shop, Torber-Shop, werden Sie immer etwas Neues entdecken, kulinarisches und Dekoratives. Gerne nehmen wir natürlich auch Geheimtipps von Ihnen entgegen, um mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen und hier auch immer wieder neue Produkte zu finden. Ich möchte es nicht versäumen, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihre Einsatzbereitschaft und die starken Märchen zu danken. Es ist nicht einfach, mehrere Wochen in einer Baustelle zu arbeiten und Touristen und Gäste ohne Einschränkungen auch entsprechend gut zu bedienen. Und unsere Handwerker vor Ort, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein Genuss, wie sie zuverlässig und kreativ mit viel Geduld, und trotz laufender Änderungswünsche unsererseits die Arbeit geschafft haben und es auch vollbracht haben, dass wir heute den Shop hier offiziell eröffnen können. Ich lade Sie nun herzlich ein in unseren neuen Torber-Shop. Im Rathaus der Stadt, im Zentrum, im Herzen unserer Stadt, schauen Sie sich um. Probieren Sie von den kulinarischen Köstlichkeiten. Finden Sie Geschenkideen für Ihre Lieben, Freunde und Gäste. Und was ganz wichtig ist, natürlich auch sollten Sie sich hier Gutes von mir gönnen. Seien auch Sie Botschafter für Torber und unsere regionalen Schätze. Besuchen Sie uns gern, sehr gern öfter. Und begleiten Sie uns nun mit den hoch ehrwürdigen Herren und unserer Oberbürgermeisterin und natürlich mit Theo in den Torber-Shop und schauen Sie, entdecken Sie, was wir in der Zwischenzeit so gefunden haben aus unserer Region für unsere Torgauer und für unsere Gäste. Herzlich Willkommen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020